So, also da ich diese Aufnahmen offenbar völlig verkackt habe, weil ich war gestern der Zeitraffer ausgestelle, erzähle ich das einfach mal so. Also wir sind dort im Hotel angekommen. Sechs Stunden Fahrt, ey, das ist schon sau anstrengend. Aber ja, als wir dort angekommen sind und ich den Strand gesehen habe, war alles super. Und ja, man sieht im Video jetzt nicht so viel, halt nur die Lobby und wie ich halt ans Haus gegangen bin, beziehungsweise ich habe da so ein kleines Hütschück gehabt, weil da halt jeder sein kleines Hütschück hat. Und ja, da habe ich mir alles ausgecheckt. Und ist eigentlich sau cool, man hat wirklich nicht viel Platz, aber man hat ein super großes Bett, ein saugeiles Bad, ein Fernseher und ein Safe. Und das hat völlig gelangt und da war alles Ends A. So, jetzt mache ich mein Video weiter. Ends Live hier. Alter. Oh, der Fernseher funktioniert. Ne, das ist ja schon mal was. So, ich fall jetzt ins Bett. Und dann sehen wir uns morgen. Eventuell. Tschüss. Guten Morgen. Jetzt ist Tag 4 in Kul Chang. Ich gehe jetzt. Wie gehe ich jetzt hin? Brauche ich jetzt das an, oder? Genau. Wie gehe ich jetzt hin? Ich war die Nacht in Shining Armor in your movie. Ich war die Lipps auf meine und liebe die Afterdates. Ich bin ein Ghost, ich heiße dein Name, du luchst right durch mich. Ich bin ein Ghost, ich bin ein Ghost, ich bin ein Ghost. Ich war die Mann in derinander. Ich bin der 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 Prototypen wie drei Stacks auf dem CD Ein Beispiel der perfekte Kandidaten All your girlfriends sagen Sie wollen mich Du bist der Das ist der Grund, dass ich einfach nicht konzentrieren kann. LIE! Ich bin versucht, mich zu fixen, aber das ist ein Problem. Das ist ein Problem. LIE! LIE, 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 LIE. LIE, 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 L Untertitelung des ZDF, 2020